Hallo Leute! Heute zeige ich euch ein Video, was angefragt wurde und zwar ein Lookbook mit einer Lack-Leggings oder einer Leder-Leggings. Und ich habe mir extra für dieses Lookbook eine gekauft und ja, ich zeige euch heute einfach mal zwei Sommer-Outfits und zwei Winter-Outfits, wie ihr mit Lack-Leggings kombinieren könnt. Und ja, lasst uns anfangen! Der Pulli ist von Forever 21 und ich kann es kaum erwarten, den zu tragen. Der ist so weiß und bequem. Um, die Lack-Leggings sind von H&M und die Schuhe sind von Graceland. Die Jacke ist von Vero Moda und das Tüte ist von Madonna und ich liebe den Namen Madonna. Er hat einfach so coole Tank-Tops und Jacken und so und da kann man halt eigentlich relativ gut einkaufen, gut und günstig. Die Leggings ist von H&M und die Schuhe sind auch von Graceland beim Deich malen. Das Oberteil ist von Primark und das habe ich in Innsbruck gekauft und ähm, kann ich leider nicht mit tragen, weil ich jetzt höre, ob es so toll ist. Und die Leggings ist von H&M und die Boots sind von Pimki und das sind natürlich meine Lieblings-Boots dieses, ja. Das Crop-Top ist von Krokodil und das habe ich beispielsweise mal in Borgenstein bekommen. Die Leggings ist von H&M und die Schuhe sind von Graceland. Okay Leute, so das war mein Lookbook. Ich hoffe euch hat es gefallen, wenn ihr einfach Daumen hoch und kommentiert unten drunter, was euer Lieblings-Outfit war. Plus kommentiert unten drunter, was ihr als nächstes Lookbook sehen wollt. Es hat so viel Spaß gemacht für euch das zu drehen. Und ich hoffe ihr habt noch einen schönen Tag. Hab euch lieb von der Erde bis zum Mond und tschüss. Ein Zeitpunkt theme mit